Hallo Freunde und willkommen zurück zu Isaac Rebub. Wie ihr seht, ich bin jetzt hier unten. Ja, hallo. Ich glaube, das ist besser, anstatt so die linke Seite komplett für sich einzunehmen. Und wie ihr seht, oder sieht, habe ich hier schon privat ein bisschen viel gespielt. Hahaha. Ja, ein bisschen viel ist gut. Ich zeige euch das mal kurz. Ähm, nur ran. Hier bei Isaac habe ich zum Beispiel Mom besiegt, dann habe ich den Boss Rush gemacht und Isaac besiegt. Bei Maggie habe ich, ähm, äh, It Lives besiegt. Den Boss Rush mit Kane im Boss Rush, It Lives und Isaac. Mit Judas, den Teufel, Boss Rush und, ah, It Lives mit dem Blue Baby. Äh, It Lives und Isaac. Eve noch gar nichts, weil ich Eve nicht mag. Mit Samson. Samson ist übrigens richtig cool, aber da komme ich gleich nochmal zu. Äh, ja, It Lives, den Boss Rush und den Teufel. Mit Azrael, It Lives, den Boss Rush und den Teufel, inklusive Heart Mode, außer den Teufel. Ja, mit Lazarus nur It Lives und mit Eden, Isaac, ähm, It Lives und dem Boss Rush. Also, eigentlich habe ich mit jedem den Boss Rush gemacht, außer mit Eve und mit Lazarus. Und, ja, mit Azrael habe ich mal den Heart Mode getestet. Ähm, jo, war relativ easy, weil ich Brimstone inklusive Quad Shot hatte. Also war das eigentlich kein Problem. Die Challenges habe ich auch ein bisschen, also, ja, eigentlich nur eins gemacht. Die sind teilweise richtig tricky, aber auch cool gemacht. Aber egal, wir fangen jetzt mit... Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne mal gucken, dass wir Judas, Judas unlockt. Wie habe ich Judas unlockt? Ah ja, muss den Teufel besiegen. Eve, mhm, gut, das könnte man schaffen. Und Samson ist auch teilweise ein bisschen tricky. Äh, Azrael werde ich jetzt ganz gerne freischalten wollen. Und Eden, weiß ich gar nicht mehr, wie man den freischaltet. Ähm, mit wem spielen wir denn? Das ist jetzt die größte Frage. Wir haben erstmal nur die drei hier zur Auswahl. Leider. Oder Lazarus, aber mit Lazarus wollte ich eigentlich nicht so gerne spielen. Ich glaube, wir spielen ganz classic mit Isaac mal wieder. Ah ja, und bei meinem Privatstand habe ich halt auch natürlich den D6 schon. Ähm, das müsste... Simulich... Ähm, Muligin. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt, wenn wir einen Gegner treffen, spawnen ab und zu ein paar Fliegen. So ein bisschen Gabi-like. Ist eigentlich ganz cool. Ja, wie ihr seht, der Fliege gespawnt ist schon mal ein ganz gutes Item. Für den Anfang auf jeden Fall. Da kann man nichts dagegen sagen. Und... Was ich noch anzumerken habe ist... Das war klar, dass ich da Schaden kriege. Weil ich nicht den Skill habe, durch die Kackhäufen zu... Balanchieren. Ähm... Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Aber was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Das ist natürlich... Pretty awesome. Also über Samson's wollte ich reden. Über Samson's. Samson's ist irgendwie... Soweit ich es jetzt mitbekommen habe, ist es... Ähm... Dass Samson's jetzt den Rage-Effekt... Auf der ganzen Ebene behält. Und nicht mehr... Wie halt bei... Warf of the Lamp. Dass das irgendwie nur noch so ist, dass... Ähm... Im Raum. Und das ist schon ziemlich guter Buff, muss ich sagen. Also mir hat Samson's richtig Spaß gemacht zu spielen, als ich den gespielt habe. Im Gegensatz zu... Äh... Das blaue Stein übrigens sehe ich gerade. Im Gegensatz zu... Bei Warf of the Lamp. Da war das einer meiner Hass-Charaktere, neben Eve. Und... Ja... Ist schon ziemlich pretty. Awesome. Wollte klagen. Ja, ansonsten... Gibt's nicht viel zu erklären. Ich glaube, also was ich jetzt mache... Ach ja, genau. Weil ich noch sagen wollte, ich werde die Parts jetzt komplett hochladen. Also ein Run. In einem... Also ein Part, ein Run. Egal wie lange der dauert. Weil... Auch wenn das wahrscheinlich nicht so viele angucken werden. Weil ich immer noch überzeugt bin, dass kleinere Videos angenehmer sind zu gucken. Weil ich merke das ja selber. Ich gucke ja auch Videos. Und... Den Stein würde ich ganz gerne haben. Speed-Upgrade brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die können wir auch meinetwegen öffnen. Äh... Nix Gutes bei... Okay, das war jetzt nicht so doll. Aber dann mal schauen, wie es wird. Und ich bin ein bisschen geübter. Dadurch... Also ich klicke die jetzt weg, weil ich glaube, jeder sollte das kennen. Weil da sowieso mehr oder weniger nur dasselbe kommt. Was ich halt lassen werde, sind die Endsequenzen. Und... Ja, also ich bin jetzt wieder ein bisschen geskillter. Also ich bin jetzt in Rebirth reingekommen. Jetzt sollte es auch langsam gehen. Also ich habe auf meinem privaten Stand... Also laut Steam... Habe ich knapp 50% des Spiels durch. Also sprich kurz... Ja, kurz vor Platinum. Platinum, Gott würde ich nicht sagen. Ich habe auch nebenbei schon die ganzen Erfolge gemacht mit... Also bei Steam... Sind die halt freigestellt auf meinem privaten Stand. Äh... Dieses Taking No Damage. Hier und da. Also die sind... Habe ich schon alle erfüllt, eigentlich. Soweit ich weiß. Ich habe auf jeder Ebene mal keinen Schaden bekommen. Und das war einfacher als bei Warp of the Lamp. Aber... Ja, ja, was soll man machen? Nö, ist halt so... Oh, back to... Spac... Ist halt so... Scapula... Ähm... Die Fliegenspawnerei. Die ist eigentlich ganz okay. Aber es ist noch nicht ausreichend für den Boss Rush. Aber... Ich hoffe, dass wir es trotzdem hinkriegen. Weil ich den auf jeden Fall ganz gerne machen will. Der ist nicht so schwer, wie manche denken. Weil einfach durch die Kackhäufen... Die kommen durch... Ähm... Larry Jr. und so... Warte. Ich habe gedacht, ich kann die auch abfangen. Ähm... Ist es einfach so, dass... Man eigentlich nie wirklich Herzen low ist. Wenn man ein bisschen Lack hat mit dem... Gespawn der... Der... Der Herzen. Also kannst du da gar nicht so wirklich verlieren, wenn du ein bisschen Schaden machst. Also wenn du jetzt überhaupt keinen Schaden machst, dann lass es. Außer da liegt ein gutes Item von den vier, die man da zur Auswahl hat. Und... Ja. Dann sollte das eigentlich gehen. Also wie gesagt, ich versuche es. Falls wir noch Shit Damage kriegen. Ich nehme nur den Item Raum und den Boss Raum mit. Und... Eventuell halt... Ja, Basement Boy Achievement. Das war ja zum Beispiel auch so ein Achievement. Kein Damage im Basement genommen. Was das hier macht, weiß ich gar nicht so genau. Lack ab und zwei Keys. Yay. Äh... Außerdem soll irgendwas passieren, wenn man hinter der Statue die Steine sprengt. Also bis mir... Bei mir ist ja... Ich habe das bis jetzt ja... Das ist ja... Das ist so eine nötige Truhe. Yay. Toll. Okay, gar nichts im Devil Deal abgesahnt. Ja, das ist übrigens, zeige ich euch gleich, wenn ich die Ebene habe. Da ist diese Uhr, die links mitläuft. Die zeigt halt an... Also man muss Mom unter 20 Minuten killen, damit der Boss Rush kommt. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon kommt. Aber ich meine ja... Ich meine, ob... Ich weiß nicht, ob der erst kommt, wenn man It Lives... Äh, nicht It Lives, Mom's Heart besiegen muss. Aber ich meine nicht... Ich meine, der kommt auch so. Und der Schaden ist auf jeden Fall noch zu gering für den Boss Rush. Aber das könnte sich alles ändern. Also ich würde jetzt nicht aufgeben, sagen wir mal. Es muss nur zum Beispiel ein Quadshot oder ein Polyphemus im Itemraum liegen. Das war ja dumm. Dann wäre das... Kein Problem. Kein Problem. Dann... Manche stellen sich einfach so an, als ob das total ein Weltuntergang wäre. Aber eigentlich ist es richtig einfach, der Boss Rush. Werdet ihr dir sehen. Der ist... Also ich habe den bisher keinmal verloren. Außer das allererste Mal, als ich den hatte. Weil ich nicht wusste, was das ist. Okay, eine Recharge-Batterie. Die brauchen wir gerade nicht, weil wir kein Space-Item haben. Aber die ist einfach... Der ist total einfach. Ich weiß nicht. Manche Leute stellen sich da einfach an, als ob das hier ein Weltuntergang wäre. Aber das ist total easy. Werdet ihr schon sehen. Ihr habt da viel vor. Also für die, die das nicht machen. Ihr habt da viel zu viel zu großen Respekt vor. Das ist total easy. Also ich bin da noch nie gestorben, sagen wir das mal so. So, komm, zeig mal deinen Kopf hier. Danke. So, wo ist der Item-Raum? Das ist jetzt das, was ich noch ganz gerne auf jeden Fall mitnehmen muss. Weil sonst kriegt man den Boss Rush nicht hin. Ja, und wie ihr seht, ich habe die Thumbnails und meinen ganzen Kanal mal ein bisschen überarbeitet. Ich hoffe, das passt jetzt so. Also mir gefällt es richtig gut. Nur, dass er mal wieder YouTube meint, die Thumbnails noch nicht zu aktualisieren. Und dass er so irgendwie meint, ja, lassen wir den mal 15 Tage da hängen, bis die Thumbnails aktualisiert werden. Yay. Ups, das war auch doof. Aber diese Dinger sind extrem tanky geworden. Diese Maden. Irgendwie. Die halten extrem viel aus, inzwischen. Total nervig. Also, dass die hier mehr aushalten, ist schon klar. Weil das Champion-Gegner sind. Und ein Herz abziehen, anstatt ein halbes. Recharge-Batterie brauchen wir nicht. Ein Schlüssel ist ganz gut. Und ein, äh, kein Name, ein Dinkel ist auch okay. Ah, hier ist der Bossraum. Ich finde den Bossraum immer zuerst. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde den Bossraum immer zuerst. Wow. Freaky Moves, um auszuweichen. So. Gut. Bitte ein Herz oder so. Nein, Bomben. Ja, Bomben sind auch okay. Ich halte gar nicht so Ausschau auf die, ähm, auf die Dings. Die würde ich sogar springen, weil in den Pilzen kann zum Beispiel Maxi-Pilz drin sein. Ansonsten, ja, noch so ein Liberty Cap oder so. Und ein Mini-Mush. Aber da war leider nichts drin, schade. So. Okay, also. Ziel ist es, Boss-Rush zu machen, aber ich brauche den Itemraum. Also mit der Zeit liegen wir, glaube ich, noch ganz gut. Da ist der Itemraum. Das ist schon mal ganz gut. Die sind auch nervig, diese, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, die schießen, umso näher man dran ist. Aber ich habe den Sinn, nee, irgendwie nicht. Oder so oft man die trifft. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die nervig, die Viecher. So ein Key ist schon mal auch nice. So. Gib mir was Gutes. Ah. Naja. Brody Friend. Zieht hinter sich halt diese rote Spur her. Wenn da ein Gegner reinläuft, kriegt er halt Schaden. Ist nicht so awesome. Also gerade kriegen wir allgemein nicht gerade die besten Items, muss man sagen. Einfach der Damage fehlt. Von unserer Seite aus. Abgesehen von den Fliegen machen wir nämlich keinen großen Schaden. Oh nein. Mega Man ist auch nervig. Jetzt habe ich euch die Uhr schon wieder nicht gezeigt. Ich werde hier auch, denke ich mal, Death ein... Einen, äh... Dingsten. Und wisst ihr, welches Item richtig scheiße geworden ist? Dr. Fetus ist richtig schlecht geworden. Und ich renne erst mal voll in die Flamme rein. Also ein Devil Deal kriegen wir auf keinen Fall. Ich tue mal Death einsetzen. Und ich spiele ein bisschen mit den Bomben. Ich will jetzt hier eigentlich ungern sterben, muss ich sagen. Obwohl, vielleicht werde ich auch ganz gerne doch schon sterben wollen. Weil... Wow. Das war ein tricky Move. Wow. Den da unten, der stört mich jetzt gerade. Okay, jetzt wird es gefährlich. Ah, ich kriege... Ah ja. Ich habe ja Skarpuller. Okay, den sollten wir aber auf jeden Fall kriegen. So, komm hier. Okay, nice. Oh, und ich kriege nochmal Schaden von einer Flamme. Ein HP ab, ist okay. Auch nicht das, was ich haben wollte. Ein Pentagram wäre mir lieber gewesen. Oder ein Squeezy oder so. Um mal ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen. Weil so kriegen wir den Boss Rush nicht. Also da links habt ihr, denke ich mal, gerade die Uhr gesehen. Das habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall... Oh, die haben mir den Geheimraum aufgesprengt. Das finde ich super nett von euch. Und wenn die Uhr... Wenn man vor der Uhr bei der Mutter ist, kommt halt der Boss Rush. Also ich glaube, inzwischen weiß das jeder, der Isaac spielt. Aber für die, die es halt nicht wissen. Oh, Liberty Cap, ja, kann ich mitnehmen. Aber nicht so wahnsinnig gut. 99 Bomben nehme ich auch mit. Ich weiß nicht, ob es noch ein Special Item ist. Aber 99 Bomben sind besser als gar keine Bomben. Und dieser Raum ist totaler Abfuck. Der Raum ist total nervig. Aber das sind gar nicht die Diktas, die ich meinte übrigens. Die Diktas, die ich meinte, die gibt es immer noch. Und so möchte ich gern Diktas. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, der Raum hier. Weil der Raum hier einfach total nervig ist, muss ich sagen. Jetzt richtig nervig. Und ich habe schon meine Hass-Items entdeckt. Mit meinem Privatspielstand. Ey. Also, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, ist... Ludovico. Also, wo du deine Träne selber steuern kannst. Das ist so ein Item, was ich extremst nicht mag. Tiny Planet mag ich genauso wenig. Also, oder ich hatte noch nicht so wirklich die Kombination damit. Aber das sind für mich so... Weiß ich nicht. Ich mag die Items nicht. Bin ich ganz ehrlich. Also, ich finde die nicht so doll. Sind zwar schön und nett. Sie sind ja von der Community Remix Mod. Die Items. Aber mir gefallen sie halt nicht. Ahnen, wie fällt denn der aus? Sieht ja, was ich meine. Wir machen keinen Schaden. Das ist einfach so nervig, wenn man keinen Schaden macht. Wenn ich noch ein paar Herzen gedroppt kriege, gehe ich in den Taki-Taki-Raum. Aber dafür muss ich erstmal welche gedroppt kriegen. Oh, die Sachen hätte ich ganz gerne. Du, ich hole... Ah, naja, okay. Vier him. Ist ein Begleiter, der einen Gegner führt. Wer hätte das gedacht? Das halbe Herz... Ach so, ist nur ein halbes Herz. Ja gut, dann kann ich das auch mitnehmen. Die drei Münzen da oben interessieren mich eigentlich relativ wenig. Ah, das sind nicht so die Items gerade, ne? Also, das ist eigentlich schon... Ne, also mit den Items kannst du den Boss Rush jetzt eventuell nicht machen. Da fehlt einfach der Schaden. Du brauchst einfach so einen gewissen Grundschaden. Aber ich gebe die Hoffnung gar nicht auf. Also, was man auf keinen Fall braucht oder so, ist ein Secret Heart oder ein Brimstone oder sowas. Braucht man nicht. Du brauchst einfach nur ein bisschen Schaden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein bisschen, ja, so ein Pentagramm oder ein... Es ist noch Damage-mäßig. Also, only Damage-mäßig bin ich gerade am überlegen, was es da noch so gibt. Gehen die Zanken runter? Bäh. Dann interessiert mich das nicht. Und mein Gleiter denkt, der hat keinen Bock zu vieren. Ach, gut. Jetzt hat er Bock zu vieren. Jetzt geht er da hin. Wenn die so lila wären, dann hauen die halt ab. So gesehen. Und ich habe mich von Larry Jr. attackieren lassen. Unpeinlich. Aber okay. Oh, ein Schlüssel. Na ja. Wir haben 99 Bomben. Damit könnte man eigentlich auch ein bisschen spielen. Aber es ist nicht so... Nee. Ist nicht sowas Wahre. Also so... Nee. Was macht das? I can see forever ist eigentlich auch ganz gut. Damit sehe ich jetzt die Geheimräume. Und... Ja, die Geheimräume werden mir angezeigt. Also die gehen halt auf, wenn man... Das war richtig dumm. In den Shop könnte ich auch gehen. Die Donation. Da gibt es ja so eine Donation. Da kann man auch verschiedene Sachen freischalten. Man kann mit allem möglichen Zeug inzwischen Sachen freischalten. Zum Beispiel muss man an der Blockband spielen. Um den Blockback freizuschalten. Und das sind alles so... Allemöglichen Kram. Also alles, was man vorher halt so hatte, tut man inzwischen so freischalten. Deswegen... Wir haben 5 Schlüssel. Dann gehe ich auch kurz in den Shop. Ich hoffe, dass ich greed ist. Oh, die kaputte Uhr weiß ich nicht, was die macht. Ich weiß nur, was die ganze Uhr macht. Das ist ein blauer Stein. Den hätte ich gerne. Und ich spende hier mein Geld rein. Alles. Ich schwimme aber dahinter. Da ist aber die blaue Karte freigeschaltet. Die macht, dass man die Geheimräume sieht auf der Karte. Nämlich dahinter quetschen. Na, daneben nicht. So, Store Upgrade Level 1. Also ich bin bei mir privat bei ca. 200 Donations. Ja, also ich habe ungefähr 200 Donations. Aber naja. Ich glaube, da war ich bei Upgrade 3 oder so. Und ein paar mehrere verschiedene Sachen. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, bin ich ganz ehrlich. Da ist auf jeden Fall der Geheimraum. Das kommt zum Beispiel von der I Can See Forever Pelle. Und die Spinnen sind auch ein bisschen tricky. Okay. Einfach ausweichen und schießen. Okay, die Divise. Außer man kann fliegen. Da kann man sich neben die stellen. Dann machen die nichts. Also du wirst halt auf keinen Fall getroffen. Und all so ein Kram. So, komm schon. Wie wäre es, wenn du mal abkratzen tust? Danke. So, was haben wir hier drin? Ein blauer Automat. Okay, da spiele ich einmal dran. Vielleicht kriegen wir... Naja, das brauche ich nicht unbedingt. Das macht halt, dass man mehr Sachen im Kackhofen kriegt. Ansonsten haben wir alles in den... Ja, in den... Zacki-Zacki-Raum gehe ich gleich. Ich habe hier die Hoffnung auf einen Devil-Deal. Den würde ich auf jeden Fall ganz gerne mitnehmen. Weil ich auch gerade noch... Aber ich würde den da hinten noch ganz gerne killen. Hören wir auf zu schießen. Danke. So. Und mit Bomben arbeiten. Werden wir schon 99 Bomben haben. Brauchen wir auch nicht sparsam sein. Außer man schießt sie weg. Das war auch schlecht. Jetzt war ich von den Fliegen abgelenkt. Das war noch schlechter. Meinen Trick kann ich gerade nicht so wirklich machen. Weil ich Angst vor meinen eigenen Bomben habe. Ich glaube, ich lasse die Bomben mal. Eigentlich ist es hier ganz einfach. Einfach nur von links nach oben. Von rechts nach unten. So. Seht ihr, was ich meine? Einfach nur hin und her. Oder unten bleiben. Weil der irgendwie... Ich glaube, der Strahl ist nicht mehr so groß von unten. Bitte Devil-Deal. Oh, ein Angel-Room. Noch besser. Noch ein Speed-Up. So ein Dreck, ey. So ein Wafer. Okay. Falls wir zu Adlifts kommen, ist das schon fast ein Free-Win. Der Wafer macht halt, dass wir anstatt ein Herzschutz... ...Jahren später in The Womp oder im Utero kriegen. Nur ein halbes Herz. Wie halt ganz normal. Auf einer ganz normalen Ebene. Hier ist... Warte, waren wir ja schon drin. Ähm... Ja. Und das ist eigentlich schon fast ein Free-Win. Ja. Hier würde ich auf jeden Fall rein. Ah. No Crap. Okay. Die Bombe hätte ich eventuell so platzieren können, dass er die hier aufsprengt. Ein Schlüssel und eine Bombe. Also irgendwie... Die Items sind nicht auf unserer Seite. Nicht in diesem Account. Account. Also nicht in diesem Ding. Also hier würde ich ganz gerne rein. Aber ich gehe durch den Geheimraum rein, weil ich keine Münze habe. Äh... Ja, nix interessant. Die Pummel sind durchspenden. So. Und man kann übrigens, wenn man eine Bombe hat, kann man sich das Geld wieder raussprengen. Also das geht auch über mehrere Runs. Also das bleibt nicht nur in diesem Run. Das ist halt allgemein in den ganzen Run vertreten. Die... Die Donation. Also das bleibt halt. Das ist schon ziemlich cool. Also ich bin eher so derjenige... Ja, wenn ich es nicht habe, habe ich es nicht. Also ich habe, glaube ich, nur einmal da was rausgeholt, weil ich was haben wollte. Mit ihnen war das, glaube ich. Ja, mit ihnen war das. Ich bin viel zu schnell. Ah. Naja, okay. Ein Herz geschenkt bekommen. Ist eigentlich ganz cool. Äh... Die Bomben auf keinen Fall, weil wir einfach genug Bomben haben. Und da hinten ist der Geheimraum, wie ich es gesehen habe. Aber wir machen zu wenig Schaden für den Boss Rush. Das ist schade. Weil ich ihn sehr gerne hätte... Machen wollte. Aber da müssen wir das leider verschieben. Jetzt habe ich den da selber reingepusht. Also ich habe den in meine Bahn gepusht. Auch nicht gerade sehr schlau. Den Schlüssel nehme ich mir die Münze in der Mitte. Interessiert mich nicht. Hier ist eine Sackgasse. Ich habe gedacht, hier wäre der Geheimraum gewesen. Verdammt. Oh. Und ich kriege unnötig Schaden, bin ich ganz ehrlich. Aber das sind auch so Gegner, die man nicht so wirklich berechnen kann. Da gibt es mehrere. Also viele sagen, das Spiel ist einfacher geworden. Das finde ich ehrlich gesagt nicht. Weil es einfach... Oh, der Raum ist auch mies. Und übrigens noch spiele ich mit der Tastatur für die Leute, die es interessieren. Aber ich würde es ganz gerne bald mal mit der... Mit dem Controller versuchen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich, dass Isaac hat so ein Tastatur-Feeling. Only Tastatur. Oder... Ich weiß nicht. Wow. Das war Lack. Oh, komm. Jawohl. Das war Lack. Gibt es hier einen blauen Stein? Ich glaube nicht. Jetzt hätte ich ganz gerne eine Karte, die irgendwie alle Insta-Deaths oder so. Weil das ist auch wieder so ein Raum, der ist... Ist nicht schwer. Der ist einfach nur nervig. Der dauert einfach so extrem lange. Vor allem, wenn man nicht den Schaden hat. Wo ist mein Geist hin? Wo ist mein Bob? Bob der Geist. Bob der Geist, kommst du mir. Da ist der Bob der Geist. Wow. Bin ich fast da reingeraufen. Okay, wir... Gelaufen. So dumm. So, komm. Okay, na, ist eine Truhe. Finde ich gut. Darf ich nur gucken. Da reinlaufen. Away, eine Trollbombe. Das habe ich mich schon immer gewünscht. Und dieses blaue Feuer kann man übrigens auch kaputt sprengen. Und da können halt Soul Hearts drin sein. Also blaue Herzen. Auch ganz nice. Welcher Ebene sind wir? Debs 1. Okay, Mom kommt noch nicht. Aber ich würde ganz gerne trotzdem zuerst den Geheimraum finden. Äh, nicht den Geheimraum, den Itemraum. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass... Wir mindestens noch ein Damage Upgrade kriegen. Oder im Teufelsdeal irgendwas kriegen. Also irgendwie ist es ein Pact oder so. Das hat ein bisschen Damage macht. Das wäre auf jeden Fall etwas, was mich sehr zu tief... Oh, Cancer. Cancer nehme ich auch sehr gerne mit. Macht, ähm, Tiers ab. Aber nicht mehr so doll wie vorher. Ist ein bisschen genervt worden. Aber das ist eigentlich gar nicht so tragisch. Die Dinger sind nervig. Also gegen... Ähm, also das ist nicht hier... Ich weiß, wie hieß der Doodle-Deedle? Das ist der Kackhaufen-Boss da. Das ist einer der nervigsten Bosse geworden. Weil der einfach so unberechenbar ist. Den kannst du nicht vorplanen. Der macht einfach alles random. Das einzigste, was du hervorsehen kannst, ist, wann er anfängt zu chargen und wann er seine Typen holt. Und wann er halt schießt. Das sieht man. Teilweise. Aber... Äh, die Reaktionszeit ist ein bisschen... Bei manchen ist die halt ein bisschen länger. Äh, okay. Der Raum geht noch. Da ist der Geheim... Äh, der Itemraum. Das ist sehr gut. So. Au. Die sind auch so nervig. Alles diese Randomness ist halt so. Mit der komme ich nicht klar. Muss alles bevor... Rechnen können. Money plus Power. Ist ein Damage-Upgrade auf einer Seite. Jetzt brauchen wir nur Geld. Was ich machen könnte, ist, in den Shop gehen. Mir mein Geld wieder raussprengen. Wir haben ja 99 Bomben. Äh, erstmal gehen wir in den Shop gucken, was da ist. Okay. Könnte ich rein theoretisch machen. Und somit hätten wir eventuell... Also, ein bisschen spreng ich mir auf jeden Fall raus. So. Also, ich setze mal so auf 20 Münzen spreng ich was raus. Ja, noch einmal. Damit wir ein bisschen mehr Damage haben. So. Also, es skaliert. Soweit ich weiß, wenn das nicht geändert worden ist, mit... Immer noch mit in den 10er Schritten. Also haben wir jetzt zwei... So gesehen, zwei Damage mehr. Kann man das so sehen. Ich denke... Oh Gott. Der ist auch nervig, der Boss. Der ist genauso unberechenbar. Aber das sieht richtig nice aus. Aber ich glaube, hier kann auch ein Item droppen. Was auch für ein Achievement braucht. Oder das war bei jemand anderem. Auf jeden Fall bei diesen Steinen, die der macht. Da kann ein Item droppen. Was ein Achievement reischaltet, glaube ich. Und welcher Kampf extrem einfach geworden ist, ist Isaac. Isaac ist richtig einfach geworden. Also da ist der Satan schwieriger. Bin ich ganz ehrlich. Also ich habe mit Satan mehr Probleme als mit Isaac. Isaac ist richtig leicht. Oh nice. Er hat nicht richtig geführt. Äh, nicht richtig gesprungen. Oh, die Bombe hat gesessen. Oh, das war ein nice Bomb. Oh, jetzt springt er zu mir. Ah, fuck. Kein Devil Deal. Ne. Ah, aber Pageant Boy ist auch gut. Gerade für uns. Wegen Money plus Power. Aber wir haben den Devil Deal verpasst. Weil ich so doof war. Und mich in die Ecke gestellt hat. Oh, ich weiß gerade nicht, wo die Uhr war. Habt ihr die Uhr gesehen? Ich habe die nicht gesehen. Scheiße. Oh, der Würfelraum. Die 3. Was macht die 3? Die 3 rollt, glaube ich, alles, was auf dem Feld ist. Was hier auf dem Ding ist. Neu. Ähm, werden wir sehen. Ja. Die 6 ist richtig cool. Die 6 oder die 1? Ne, weiß ich schon gar nicht mehr. Oh, Money ist gut. Money können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Da hatte ich auch einen Run. Da habe ich, ähm, habe ich die 6 bekommen. Sollte vielleicht die Map mal kleiner machen. Das ist besser zu sehen. Und, äh, ich war so scheiße equipped. Also das tut, glaube ich, die Items rerollen. Aber ich bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall hatte ich das. Und dann war ich auf einmal voll der Mega-Ding. Ich hatte Tränen, die so groß waren wie das Display. Also wie mein Desktop hier. Wie das Spiel halt. Wie die ganze Karte. Das war so abfuckt groß. Das war richtig krass. Hab mich ruhig voll gewundert. Auf einmal habe ich nichts mehr gesehen, als ich geschossen habe. Ich weiß nicht, was ich alles hatte. Ich habe die Items teilweise nicht gekannt. Ich wusste nur, dass ich Polyphemus und so hatte. Aber, äh, das war, das war krass. Ohne Scheiße. Also, das war richtig krass. Hier frisst die Mega-Bombe. Ähm. The Hermit. Könnten wir uns den Boss, äh, in den Shop-Tel. Oh, die sind auch mies. Die sieht man nicht. Aber, sie werden ab und zu sichtbar, werden geführt und töten sich selber. Oh, da ist ein blauer Stellen. Hätte ich fast übersehen, ich habe immer das Space-Item. Auch wenn ich es nicht bräuchte, weil ich genug Bomben habe durch das 99-Bomben-Item. Aber ist okay. So, ich weiß gar nicht, bis wohin wir spielen müssen. Ich glaube, wir müssen bis Moms Hard spielen. Das sollte eigentlich mit unserem Equip, lass mich mal gucken. Oh, könnte schwer werden. Wir haben mehr Speed als alles andere. Uns fehlt der Damage. Das Gute ist, wir brauchen das Polaroid. Nee, sprich, wir müssen den Cancer nicht ablegen. Und, ja, wir müssten viel mit Bomben arbeiten bei, äh, nicht bei It-Lifts. Moms Hard. Weil wir haben ja noch keinen It-Lifts freigeschaltet. Ob ich das... Achso, ja klar. Ich war gerade am überlegen, wo ich Soul-Heart her hatte, aber... Oh, nee. Das ist auch nervig. Warte, seht ihr gleich? Da, die Hände. Die grabben einen halt raus. Also, ich weiß nicht, ob die einen nur vor die Tür bringen. Oder ob die einen zu den Anfangsflur bringen. Aber wir kriegen Damage. Das gefällt mir richtig gut. Ach, ja. Ist okay. Mach das. Das ist ein blauer Stein. Mach das. Ähm, hier. Spinnenspawn, glaube ich, manchmal. Bei Ost-Gegnern. Ist an sich... Ja, das will die Goldene Schäufe nicht haben. Oh, Gabi Sad. Nämlich sogar lieber mit, als The Boom. Mr. Boom. Ah, die Dinger kann ich nicht aufsprechen. Wir sind bei Mom. Ne? Ja, wir sind bei Mom. Okay. Kämpfen wir mal bei Mom. Mom, jo. Ist die schwierigste Form mit It-Lifts. Also, hier. Oder ich bin teilweise einfach zu dumm. Kann mich nicht so richtig konzentrieren bei Mom. Also, hier bei dem Fuß von Mom. Weil ich manchmal nicht merke, wenn die runterstammt. Das ist halt so der Zeitpunkt, wo ich dann immer Schaden kriege. Das ist eigentlich so der einzigste Punkt, weil ich es einfach verpeile. Weiß nicht warum. Bin einfach zu dumm. So dummkopf bin ich. So. Aber das sollte eigentlich machbar sein. Und Mom's Heart sollte auch auf jeden Fall machbar sein. Mit dem Equip, was wir haben. Autsch. Okay. Da habe ich jetzt anderwältig Schaden bekommen. Aber wir haben noch keinen Red Heart Schaden bekommen. Aber was nicht ist, kann noch werden. Da. Jetzt haben wir so eine Spinne gekriegt. Die sind wie die Fliegen. Ich weiß nicht, ob die mehr Schaden machen. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht wirklich getestet oder so. Au. Okay. Jetzt haben wir Red Heart Schaden gekriegt. Also ich denke, wir kriegen kein Devil Deal. Außer er ist großzügig. Wow. Seht ihr? Das habe ich jetzt gemeint. Das hätte ich jetzt schon wieder fast nicht gesehen. Das Fleisch muss weg. Weil das Fleisch einfach nervig ist. So. Ich weiß gar nicht, ob wir noch in der Zeit sind für den Boss Rush. Ansonsten gucke ich da auf jeden Fall rein. Wenn er... Wow. Hat er mich getroffen? Nee, ne? Hat mich nicht getroffen. Wenn er ein gutes... Jetzt hat er mich getroffen. Okay. Kein Devil Deal für uns. Das ist scheiße. Aber jetzt stirb. Danke. Oh, wir waren nicht mehr in der Zeit für den Boss Rush. Oh, 5 Minuten? Was habe ich denn gemacht? Boah, habe ich rumgepümmelt. Naja, egal. Dann schieben wir das auf jeden Fall in die nächste Episode. Also ich versuche es jetzt in jedem Run, den Boss Rush zu machen. Das ist auf jeden Fall drin. Sofern hat die Items schon wieder gesagt. Also ich hätte jetzt geguckt, was da drin wäre. Was zur Auswahl wäre, wenn er jetzt einen Quadshot und am Polyphemus und da so ein Potrotz. Au. Drinnen wäre. Oder war. Oder irgendein anderes Item. Na, Brimstone hatte ich jetzt noch nie wirklich da drin. Dann hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Den Boss Rush. Eigentlich könnten wir uns durchsprengen zum Boss. Aber ich will ganz gerne auch gucken, was es hier so gibt. Eventuell eine Goldene Chest mit irgendeinem Item drin, was mir ein bisschen den Arsch hilft. Weil das einzigste... Au. Den einzigsten Schaden, den ich mache, ist durch meine Fliegen, wenn die mal spawnen. Also durch meinen hier... Mulligan. Oder durch Gabis Head halt. Isaacs Fork. Ne, da behalte ich hier mal mein Cancer. Oh, da ist der Boss. Uh. Ja, das mache ich. Wir brauchen eh keine Schlüssel mehr. Wurde ich mir nochmal ein paar fliegen. Und... Okay. Oh. Der... Ja, gut. Der ist relativ easy, der Boss. Vor allem, wenn er schon gesplittet ist. Der war ja schon gesplittet. Vielleicht kriegen wir hier mal ein Double Deal oder eventuell ein Angel Room mit irgendwas, was mir hilft. Der einzigste Angel Room. Na, kriegen... Oh, das ist Damage ab. Damage plus Range ab. Nice. Ja. Jetzt wäre es auch kein Problem mehr, den Boss Rush zu machen. Also mit dem Equip würde ich den Boss Rush machen. Gehe ich... Ja, doch. Würde ich machen. Ähm. Ich gehe mal kurz rein. Manchmal liegen ja hier auch Free Münzen rum. Hier kriege ich meine Münzen zum Beispiel wieder. Und an der Blood Bank will ich nicht spielen. Also... Au. Ich vergesse immer, dass die jetzt explodieren. Ich muss nur aufpassen, dass ich full life bin, wenn wir bei Moms Heart sind. Also sprich, in dieser Ebene muss ich full life werden. Sprich, ich werde wahrscheinlich den super geheimen Raum suchen. Also ich werde die... Naja, da konnte ich nicht ausweichen können mehr. Ja, was spawnt in mir, Arsch. Und hoffen, dass da der Herzenraum ist. Oh, was ist von der Mitte? Und den Amp... Wow. Okay, jetzt habe ich mich aber gerade erschrocken, ey. Ich habe gedacht, der kommt voll auf mich zugefahren. Aber kann der ja gar nicht. Oh, zacki, zacki Raum. Wir haben die Wafer. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben den Wafer. Je nachdem, was ich noch finde. An... Ähm... Herzen. Gehen wir da rein. Na, komm schon. Dann zeigt dein verkackten Kopf. Pottrott. Los. Danke. Oh. Da. Oh. Die sind auch mies. Das war mies. Ich wusste nicht, wohin ich sollte. Oh, Loki. Hi. Na, du. Sich zu bekämpfen ist eigentlich total sinnlos, weil es hier erstens nicht weitergeht und du mir wahrscheinlich sowieso nichts gibt, was mir hilft. Aber du bist schnell kaputt. Das finde ich sehr knorkel. Nice one. So. Wah. Ähm. Fliegen. Übernimmt ihr das? Lol, der macht Schaden. Seit wann macht er Schaden? Das ist mir neu. Eigentlich macht er keinen Schaden, vielleicht weil er das eine super Form ist. Da bin ich mir sogar relativ sicher, dass der eigentlich keinen Schaden macht. Gut, hier ist der Boss. Ich finde immer den Boss irgendwie auf Anhieb. Weiß nicht, woran das liegt. Aber ich will den... Den Geheimraum suchen. Und da ist er. Nice. Was ist es? Muss es jetzt eine Telepilz sein? Uh, Ripstone. Okay. Naja, dann müssen wir uns auch mal nach da oben kämpfen. Ich hätte wenigstens noch gerne wissen wollen, was es da gibt. Da lag ein Herz. Ist gespawnt. Das wäre der Ausgleich des Zaki-Zaki-Raums, aber mit zwei Herzen würde ich... Wow. Aber die kann ich sprengen. Die gibt auch manchmal Herzen. Oder Geld. Ah, das ist nix. Nix gut. Nix gut. Hier liegt noch ein bisschen Geld. Bitte, Herzenraum. Oh Gott. Der bringt mir nix. Bringt der mir. Hm. Okay, wir haben... Habe ich das Herz sogar eingesammelt? Das ist schlecht dann. Das ist richtig schlecht. Okay. Mit zwei Herzen würde ich Mams Heart nur mit Luck besiegen. Ich gucke mal, ob hier irgendjemand eventuell noch Herzen spawnt oder eine Truhe oder so. Da ist ein halbes Herz. Das nehme ich mir. Immerhin ein Treffer. Den Geheimraum könnte man auch suchen mit den Bomben, die wir haben. Gar nicht. In den Zaki-Zaki-Raum, da würde ich so gerne rein. Ich habe noch nie wirklich einen Zaki-Zaki-Raum ausgelassen. Außerdem können da auch Herzen drin sein. Ah. Natürlich droppen wir jetzt keine Herzen. Da ist nix. Hier könnte noch der Geheimraum sein. Ajo. Und hier ist Greed. Na gut, der gibt noch mal ein bisschen Damage. Und wir verlieren unser halbes Herz. Aber... Oh, wir kriegen ein ganzes Herz wieder. Das sind zwei Treffer durch The Wafer. Das ist schon mal sehr pretty awesome. Ähm... Ich gucke trotzdem noch weiter. Kurz. Weil ich... Okay, wir haben nix mehr. Oh, doch. Wir haben hier noch was. Hier könnte ich ganz kurz das Spiel. Maximal bis 60. Maximal bis 60. Ansonsten spreng ich bei alles. Außer... Ja, doch. Den kann ich auch sprengen. Es ist eh letzte Etappe. Okay, ein halbes Herz. Den spreng ich. Da werde ich auf keinen Fall dran spielen jetzt. Und da ist noch ein halbes Herz. Okay, damit würde ich... It lives, denke ich mal. Platten. Platten. Eine pretty fly ist ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aids of spades brauche ich nicht. Ja, gib mir die und wir sind weg. Arschkeks. Die will ich nicht. Ich glaube, ich spreng den und wir gehen zu It lives. Ich weiß, dadurch verringert sich die Chance auf einen Angel Room. Aber... Das ist mir egal, weil das sowieso die letzte Ebene ist. Ich will da rein. Ich könnte mich raus teleportieren. Bitte, Hermit. Für was anderes wird der eh nicht mehr gut sein. Rollbombe. Oh, zwei Trollbomben. Oh, bitte lass hier ein Herz drin sein. Oh, ich habe eine Münze nicht genommen. Weil der Herr Eichek meinte, ne, mache ich nicht. Okay, dann, ja, besiegen wir It lives. Äh, Moms Heart, genau. Das sind die Augen. Standard. So, jetzt spawnt er da. Und da hinten noch einer. Oh, wurde getroffen. Das fand ich so doll. Und mit Bomben arbeiten. Und ein bisschen ausweichen. Wir kriegen nur ein halbes Herz Schaden. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir trotzdem nicht zu greedy werden. Oh, nice. Hat noch getroffen. Und da... Ah, die Gegner sind ein bisschen nervig. Aber It lives ist ein bisschen schwieriger. Nicht viel schwieriger. Aber ein bisschen. Ah, der ist ein bisschen nerviger. Hier, da durchzukommen und dann noch versuchen, einen Schaden zu machen. Oh, hat die Bombe gesessen. Teilweise. Da musste ich jetzt irgendwie durch. Sonst hätte ich von denen einen Schaden bekommen. Und dann kriege ich lieber von Moms Heart Schaden. Aber eigentlich sollte es drin sein... Bomben. Hat glaube ich... Ups, jetzt bin ich zu doof gewesen. Und da bin ich da reingerannt. Da durch. Hat nicht ganz funktioniert. Zwei Treffer haben wir noch. Einen Treffer haben wir noch. Wir haben gewonnen. Cool. Okay. Nice. One. Woo. Ah. Und der fällt nur in die Kiste. Also nix freigeschalten. Ah, Eden haben wir freigeschalten. War Eden freigeschalten? Ah ja, wir haben Eden freigeschalten. Nice. Okay. So schaltet man Eden also frei. Weiß ich schon gar nicht mehr. So, im nächsten Run. Sollen wir direkt mal mit Eden spielen im nächsten Run? Ist halt ein bisschen tricky, weil der halt seine random Effekte hat. Äh, werden wir sehen. Vielleicht spielen wir einfach nochmal mit. Wir versuchen mal in der Reihe irgendwie die... Ja, und vor allem die mal anderen hier freischalten. Vor allem hier Azazel. Der OP-Champ ever. Aber naja, okay Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.